Badriburger Naturpark Quellen. Unser Wasser von hier. Hallo, ich bin der Jason und ich bin ein riesiger Paderborn-Fan. Und ich hoffe, dass Paderborn heute gewinnt und auf ein Drei-Punkte-Sieg. Und ich grüße Süleman Kotsch, mein Freund. Ich grüße meinen Mann, den Ordner, der jetzt wieder die Nummer 59 hat, neben der Gäste-Trainerbank. Und ganz besondere Grüße gehen heute mal an die Platzfahrte. Da vor allem an Bruno. Ja, und die drei Punkte sind ja wohl selbstverständlich. Nur der SCP. Paderborn gewinnt 3-0. Hallo Mannschaft, ich wünsche euch viel Glück für die restliche Zeit der Liga. Tschüss. Paderborn gewinnt heute. Hallo Opa. Meine Schätzung ist 2-1. Ja, hallo SCP-Fans. Wir wollen uns heute schon mal ein bisschen aufs Derby einstimmen. Und wir hoffen, ihr macht alle mit. Und deswegen singen wir jetzt zusammen. Wer nicht hüpft, der ist Amine. Hey! Hey! Wer nicht hüpft, der ist Amine. Hey! Hey! Badriburger Naturpark Quellen. Unser Wasser von hier. Badriburger Naturpark